Wer wird die US-Wahlen 2024 gewinnen? Donald Trump oder Kamala Harris? Schauen wir dazu in die Sterne. Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte dazu eigentlich gar nicht viel sagen, aber ich habe vorhin mal wieder ein bisschen in einem astrologischen Buch geblättert. Ja, The Rulership Book heißt das von Rex Bills. Ist ein echter Klassiker, also aus den 70er Jahren. Und da beschreibt er, das ist eigentlich wie so eine Art Wörterbuch, so ein astrologisches Wörterbuch, eben die Zuordnungen, die da seiner Meinung nach bestehen zu Themen und Planeten. Ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht und habe dann zufällig gesehen, dass er die Republican Party dem Jupiter zuordnet und dementsprechend natürlich die Democrats dem Saturn. Und dann hatte ich den Impuls, einfach mal nachzugucken, wie sieht das denn zur Schließung der Wahllokale der US-Wahlen mit Jupiter und Saturn aus. Also kann man da vielleicht irgendwas von ableiten und habe dann natürlich auch geschaut, wie sieht es dementsprechend dann auch bei den beiden Kandidaten aus. Und da nehme ich dich jetzt einfach mal mit und wir schauen uns das gemeinsam an. Zunächst lass mich mal kurz erklären, wie ich auf die Schließungszeiten der Wahllokale gekommen bin. Da gibt es hier, ist auch nicht die einzige, aber eben Webseiten, die das erklären. Und diese hier ist sehr schön übersichtlich, deswegen habe ich die jetzt mal auch hergenommen, um das euch zu zeigen. Denn da wird das alles in Eastern Time abgebildet, wo eben sich Washington DC befindet. Also alles bezogen auf die Hauptstadt. Und die Wahllokale öffnen ja am 5. November 2024 und die allermeisten schließen auch am 5. November. Aber es gibt einige ganz wenige, und zwar in Alaska und Hawaii, die erst um Mitternacht beziehungsweise um 1 Uhr früh schließen. Ja, jetzt sehen wir aber, diese beiden letzten Uhrzeiten sind nur noch für sieben Wahlmänner insgesamt verantwortlich. Also Alaska und Hawaii hier für vier um Mitternacht und dann nochmal drei in einem anderen Teil von Alaska. Also das sind diese Alloyten und da wird dann erst um 1 Uhr geschlossen und eben nochmal drei Wahlmänner anhand. Das wird vermutlich nicht entscheidend sein. Sieben Wahlmänner machen den Kohl in der Regel nicht mehr fett, sondern die Wahl wird entschieden sein um 23 Uhr. Also wenn die Ergebnisse von Kalifornien, Oregon, Idaho und Washington vorliegen. Das heißt also, ich habe zwei Uhrzeiten mir angeguckt und dann eben auch im Vergleich zu den Kandidaten. Und da schauen wir eben auch mal kurz drauf. Bei Donald Trump liegt ein Horoskop mit Geburtsurkunde vor, also extrem genaue Uhrzeit und bei Kamala Harris ist das ebenso. Ja, das heißt, wir haben da auch verlässliche Uhrzeiten und können da dann jetzt reinschauen. So, wir schauen jetzt einfach erst mal darauf, wie sieht es aus. Die Wahlen werden ja nach meiner Berechnung um 23 Uhr entschieden sein. Und wie stehen da Jupiter und Saturn? Ja, wenn Jupiter eben für die Republikaner steht und Saturn für die Demokraten. Es stehen übrigens beide rückläufig. Also das könnte man ja so interpretieren, dass letztlich es für beide Parteien nicht gut läuft. Ja, und das wird ja auch seit langem berichtet, dass letztlich politische Parteien, das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, eigentlich immer mehr ausgehöhlt werden und im Grunde keine Bedeutung mehr haben. Also was sie an Parteiprogrammen oder solchen Dingen von sich geben, interessiert eigentlich niemanden mehr. Sie sind eigentlich nur noch die Hülle, in die eben die Kandidaten der Reichen und Mächtigen dann gepresst werden. Und insofern könnte man sagen, Wahlverlierer werden in jedem Fall die Republikaner und die Demokraten sein. Also Menschen, die das ernst nehmen, die diese Demokratie für etwas Reales halten. So, aber jetzt schauen wir mal, wer steht denn da besser als der andere? Ja, also Jupiter steht hier im 11. Haus, das ist die Gesellschaft und steht auch in Opposition zu Venus und Pallas. Also Pallas ist die Strategie, Venus ist die Verblendung, Jupiter die Ideologie. Also wir haben hier eine strategische, ideologische Verblendung, die aber Glück hat. Also der Glückspunkt ist hier in Konjunktion mit dem Jupiter und das sieht erstmal durchaus ganz gut aus. Der Jupiter steht auch in den Zwillingen. Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir uns die Kandidaten anschauen. Und der Saturn steht im achten Haus, im Haus des Sterbens, in den Fischen. Da löst sich vieles auf. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Es könnte natürlich, es wird ja viel gesagt, die Demokraten würden eben ja mit Wahlbetrug wahrscheinlich wiederarbeiten wollen. Also hier auch Nessus und Orkus, diese Opposition, die begleitet uns ja schon seit vielen Jahren. Also Heimtücke und Verrat und der Tod und die Distanz. Und der Saturn steht exakt in Opposition zu Achilles. Also Achilles ist natürlich eine Verletzung, die Achillesferse. Also das sieht nicht so vielversprechend aus, würde ich sagen. Ja, also wenn ich einfach nur auf dieses Horoskop schaue, würde ich sagen, müssten die Wahlen um 23 Uhr zugunsten der Republikaner, zugunsten von Trump entschieden sein. Und wenn wir dann nochmal kurz drauf schauen, was ist das hier für ein Horoskop? Da haben wir einen Löwe-Aszendenten. Und der Löwe wird ja beherrscht von der Sonne. Die Sonne steht im Skorpion, weil da gewählt wird. Und sie steht in Opposition hier zu Albion, der ja für einerseits Großbritannien steht. Also das ist ja das alte Britannien-Albion. Und zugleich steht das auch für Spaltung. Also es könnte sein, dass dieses Ergebnis, was dann bekannt wird, zu einer großen Spaltung des Landes führt. Und die Sonne steht hier eben auch in Konjunktion mit Narzissus. Und Narzissus ist ja dieser Asteroid, bei dem es darum geht, da ist eine traumatisierte Person aus einer Vergewaltigung hervorgegangen. Und die sehnt sich danach, ins Leben zu treten und Kontakt und Heilung zu finden. Und das steht für mich irgendwie hier für die Wähler. Also wer zur Wahl geht, hat ja eine narzisstische Absicht. Wenn ich das so nennen darf. Also im Sinne des legendären Narzissus. Ja, er möchte seine Grenzen gewahrt wissen. Er möchte seine Interessen gewahrt wissen. Und es passiert ihm aber das, was Narzissus eben auch passiert ist. Er wird beschuldigt von Leuten, denen er es nicht recht gemacht hat. Und wird am Ende ja sogar getötet. Ja, also man könnte auch da wieder sagen, das Wählen wird nichts nützen. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, also dass Demokratie einfach ein Betrug ist. Ja, eine Mogelpackung, eine Täuschung. Und das ist natürlich auch diese Wahl wieder. Aber das ist ja jetzt nicht unser zentrales Thema, sondern es geht darum, wer wird der Gewinner sein? Wenn wir jetzt mal von Wahlbetrug ausgehen, Nessus wäre da ein Kandidat, Neptun natürlich. Und gut, der Neptun steht hier latent im Quadrat zu Jupiter. Ja, also betrügerischer Angriff auf den Jupiter, auf den eigentlichen Sieger, der Glück hat, dem auch die Liebe hold ist. Also wo auch, ja, Menschen, die sich nach Freiheit sehnen, sicherlich auch Hoffnungen drauf projizieren. Ja, während eben hier, ja, Verrat und Heimtücke, das, wie gesagt, also die betrügerischen Absichten kann ich da drin schon sehen. Und wir haben hier die Geheimdienste, Varuna und Orwell, den Polizeistaat und Mars, die Aggression, alles im 12. Haus. Also da findet ganz viel hinter den Kulissen statt. Das heißt, entschieden wird das Ganze letzten Endes von den Eliten. Und eben, ich spreche ja, seit Varuna in den Löwen eingetreten ist, von einer Herrschaft der Geheimdienste. Ja, und interessant ist eben hier auch, Varuna in Konjunktion mit Pandora. Also die Geheimdienste öffnen die Büchse der Pandora hier. Ja, es wird etwas freigelassen, was sie dann nicht mehr kontrollieren können. Was dann eine Eigendynamik hat, was dann seinen Schrecken entfaltet. Ja, Varuna, die Geheimdienste, das bildet hier so ein anderthalb Quadrat. Ja, ein anderthalb Quadrat sind 135 Grad. Und das sind hier so 133, 132, 133 Grad. Also das könnte man schon als anderthalb Quadrat sehen. Also das die Geheimdienste hier was mit Neptun veranstalten. Also Richtung Betrug. Ja, und wenn wir hier sehen, der aufsteigende Mondknoten, der ja zeigt, wo es hingeht, steht im neunten Haus. Es geht also um eine Ideologie, die durchgesetzt werden soll. Widder. Ja, also es geht um eine Ideologie, für die gemacht werden soll. Allerdings steht sie hier im neunten Haus eingeschlossen. Also es ist auch nicht so leicht, sie durchzusetzen. Und was wir auch nicht vergessen sollten, ist hier Mars-Pluto-Opposition. Also da ist sehr viel Aggression drin, die auch in Gewalt umschlagen kann. Also das Funktionieren wird vernichtet. Also es könnte auch Angriffe auf die Wahl geben. Also Leute, die versuchen, vielleicht Wahllokale zu stürmen oder was auch immer. Und Mars hier eben so eng bei Varuna und Orwell, das könnte eben auch unsichtbare Feinde der Wahlen, also alle, die eigentlich gar nicht mehr wollen, dass überhaupt gewählt wird, auf den Plan rufen. Also so ein Horoskop ist natürlich immer eine vielschichtige Sache. Also auf einer ganz simplen Ebene erstmal, was steht besser? Aber scheint Jupiter, also die Republikaner, besser zu stehen als der Saturn. Allerdings sind beim Saturn eben hier starke Bezüge auch zu Neptun, der im gleichen Zeichen steht, zu Nessus, dem Verrat, zu Varuna zu sehen. Auch Orwell steht ja tendenziell im Trigon hier zu Neptun. Allerdings ist natürlich auch das, genau das, was ja Kritiker gegenüber Trump sagen, dass er nach der Wahl gängige demokratische Parameter abschalten wird, um bestimmte Dinge durchziehen zu können. Und das wäre ja auch eben dieses Thema Polizeistaat. So, lass uns auch einmal eben auf dieses Thema schauen, wann die Wahllokale endgültig schließen. Also das ist ja nochmal zwei Stunden später. Und da würde ich sagen, ist es noch etwas eindeutiger zugunsten von Trump, also zugunsten der Republikaner, Jupiter. Jupiter im zehnten Haus, also was soll mir das sagen, anderes als dass das der Sieger ist. Der Saturn im siebten Haus, ja, die Konstellation ist natürlich ansonsten die gleiche, brauchen wir jetzt nicht nochmal alles aufzumachen. Die Geheimdienste sind weiter im zwölften Haus, aber hier mehr am Anfang. Es ist ja auch noch Karma dabei. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass das Wahlbetrug war, 2021, als der Trump abgewählt wurde, als Biden ins Amt geholfen wurde, dann wäre das natürlich auch interessant. Also ein Hinweis möglicherweise, wie sich die Geheimdienste positionieren könnten. Ja, das ist natürlich hochgradig unübersichtlich. Ich behaupte überhaupt nicht, dass ich da irgendwelche Insider-Informationen habe. Ich betrachte das ausschließlich astrologisch. Also ich habe nicht irgendwelche Informationsquellen aus Geheimdienstkreisen. Nicht, dass irgendjemand das glaubt, nur weil ich öfter mal den Begriff Geheimdienste verwende. Nur es hat sich eben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass Varuna da deutliche Hinweise drauf gibt. Insofern könnte das auch ein Hinweis sein, wie sie sich positionieren in Bezug auf die Republikaner und in Bezug auf Trump. Und letzten Endes ist das ja fast ein Sextil, also ein eher venusisch-harmonischer Aspekt, während das hier ein Quinkungs ist zum Saturn, Varuna-Saturn. Also auch da, es spricht letztlich viel mehr für die Republikaner, für Trump, als für die Demokraten und für Harris spricht. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sieht das aus. Also ich gehe mal zurück zu diesem Horoskop, wann meiner Meinung nach die Wahlen entschieden sein werden, 23 Uhr. Und nehme da jetzt mal den Donald Trump dazu. Und da machen wir jetzt eine Synastrie. Jetzt haben wir innen den Donald Trump und außen eben dieses Horoskop der Walen. Und da sehen wir also, der Jupiter steht in Konjunktion mit seiner Sonne-Uranus-Konjunktion, beziehungsweise diesem Stellium, was er hier hat. Ja, also Jupiter und der Glückspunkt stehen auf seiner Sonne und seinem Uranus. Also das ist schon sehr, sehr deutlich, wohin die Reise da gehen müsste. Ja, also dass er der Sieger ist. Wenn wir aber eben davon ausgehen, dass er auch 2021 eigentlich schon gewonnen hätte und er da eben betrogen worden ist, obwohl er der Sieger war. Lass uns auch da noch mal schauen, was erwartet ihn denn hier? Wie stehen denn hier die Aktien mit Saturn? Und da sehen wir hier, der Saturn steht in Konjunktion mit Damokles in seinem Horoskop und auch Nessus. Und der Neptun steht in Konjunktion mit seiner Vesta. Vesta steht für irreparable Einschläge, Damokles für Gefahren. Das heißt also, dieses Thema Wahlbetrug ist massiv und ist ernstzunehmend. Auch für ihn. Ja, also auch wenn wir davon ausgehen, er würde die Wahl gewinnen. Ja, also Betrug ist etwas, was eben ganz eindeutig hier im Raum steht und ihm auch massiv schaden kann. Und dann ist eben auch noch mal interessant, der Varuna, die Geheimdienste, stehen hier in Konjunktion mit Trumps Pluto. Das heißt, die Geheimdienste können ihn vernichten. Ja, und auch diese Büchse der Pandora öffnen, von der ich eben schon gesprochen hatte. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie ihn eben zum Sieger machen. Also, es ist sehr, sehr vielschichtig. Also, ich kann das nur wiederholen. Wir haben hier auch noch mal Vesta-Neptun. Also, im Umkehrschluss. Ja, ich hatte hier gesagt, der Transit-Neptun geht hier auf seine Vesta. Das heißt also, die Täuschung, der Betrug, die Einfalt, gehen auf seine Vesta und sorgen für irreparable Einschläge. Und irreparable Einschläge gehen auf seinen Neptun. Also, das ist schon eine heftige Verdopplung hier. Und das ja auch noch Anfang Waage, wo das supergalaktische Zentrum ist. Also, ich sage mal, er wird das nicht unbeschadet überstehen. Und letztlich wird das nicht an den Wahlurnen entschieden. Also, Stalin soll ja auch mal gesagt haben, es interessiert mich nicht, wer wählt, sondern es interessiert mich, wer auszählt. Und das ist hier natürlich auch wieder der Fall. Und da werden natürlich die Geheimdienste beziehungsweise eben auch die Interessen derer, die sie vertreten, den Ausschlag geben. Ja, schauen wir mal, wo steht denn noch der Varuna von Trump selber. Er hat den Varuna hier in einer etwas weiteren Konjunktion mit Sedna. Also, den Statusverlust, der dann aber ja auch dazu führt, dass man den Platz seiner Berufung einnimmt. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass er den Status letztes Mal verloren hat und ihn jetzt wieder gewinnt. Was natürlich noch eine Ecke triumphaler wäre. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Also, wenn er jetzt wieder Präsident wird, ist das anders, als wenn er 2021 Präsident geblieben wäre. Also, das wird mehr Gewicht haben. Und Orwell geht hier auf seinen Saturn. Also, es ist sehr eindeutig. Er ist ein Mann auch, der mit Geheimdiensten und Polizeistaaten natürlich zu tun hat. Schauen wir also dann mal auf die Kamala Harris. So, das ist jetzt die Frau Harris. da steht der Saturn dann in ihrem zehnten Haus. Neptun steht in ihrem zehnten Haus. Nessus steht in ihrem zehnten Haus. Also, wenn sie gewinnt, wäre sie auf jeden Fall verletzt, dadurch, dass man Wahlbetrug unterstellen würde. Also, bei dieser Konstellation. Ja, die Jupiter-Glückspunkt- Konjunktion steht hier in ihrem zwölften Haus. Also, das heißt, das sind ihre unsichtbaren Feinde. Das ist auch eben überhaupt das Unsichtbare. Ja, und wenn wir mal nach ihrer Sonne schauen, da steht hier auch wieder die Intrige. Ja, Juno, die Intrige im Shapley-Superhaufen in Konjunktion mit ihrer Sonne. also, ihr Erfolg wäre ein Erfolg einer Intrige, wenn es denn diesen Erfolg gibt. Ja, also, der Saturn steht natürlich im zehnten Haus stark, aber er steht in den Fischen. Also, es ist immer noch dieses Thema, ja, wie kommt sie dahin und wie haltbar ist das? Also, sie selber hat Orwell im ersten Haus, Orwell im Transit steht hier bei ihr im zweiten Haus, ja, also, es ist schon so, dass sie sehr stark eben dieses Thema Polizeistaat auch unterstützt und im dritten Haus hat sie den Varuna, ja, der allerdings nicht wirklich stark hier steht bei ihr. Mars greift ihren Achilles an, das Thema hatten wir bei Trump auch schon. Also, es wird natürlich von allen Seiten mit Intrigen, mit Angriffen, mit Heimtücke und so weiter gearbeitet, ja, Wahlkampf ist immer schmutzig und Orkus steht hier bei ihrem Pluto und deutlich besser aus als für den Saturn und es muss sich zeigen, ob die Betrugsversuche von Seiten der Demokraten nochmal greifen können oder ob das eben in die Hose geht oder ob eben sogar im Sinne von Trump betrogen wird, ja, im Sinne der Republikaner, denn es gibt ja auch klare Aussagen, dass bestimmte Geheimdienstkreise auch Trump als Präsident wollen, da er in Israel dann ganz anders Partei ergreifen würde für Israel und für den Bau dieses dritten Tempels und dass das deswegen schon längst abgemachte Sache ist und der Rest, der hier gerade so abgezogen wird, Wahlkampf und diese Behauptungen, die Harris würde jetzt irgendwie sogar führen oder hätte geführt in den Umfragen, dass das alles nur Show war, um davon abzulenken, dass Trump sowieso Präsident wird. Also es gibt vielfältige Ebenen, wenn wir jetzt eben einfach auf die Positionen schauen von Jupiter und Saturn, dann stehen die für Jupiter eindeutig vorteilhafter und das war ja ausgehend von von diesem Buch von Rex E. Bills genau mein Ansatz, ja, also eben einfach nur zu schauen, was ergibt sich aus der Position von Jupiter und Saturn, ist also auch ein bisschen Test dieses Buches nochmal, diese Prognose, das heißt, es sieht nach einem Sieg der Republikaner, nach einem Sieg von Trump aus und es wird eben möglicherweise versucht, das durch Wahlbetrug zu verhindern. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne, gib ein Like dafür und abonniere auch meinen Kanal und wenn du magst und mehr über meine astrologische Arbeit auch wissen willst, hol dir meinen kostenlosen Kurs, mit dem du dir selber ein Horoskop eben nach den Parametern meines astrologischen Ansatzes erstellen kannst, sind kostenlose Werkzeuge, das heißt, du musst dafür nichts bezahlen und lernst eben bei der Gelegenheit etwas über dein Horoskop kennen. In diesem Sinne alles ist Liebe.